Herzlich willkommen zum Wochenend-Magazin. Sie hören unsere Reihe Reflektionen aus Taiwan und bei mir ist heute im Studio wieder Eva Trindl. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Wir sprechen gerade über Aberglaube, dem wir enthalten begegnet sind oder bestimmten Glaubensprinzipien, die uns erstmal fremd sind. Und wir waren in der letzten Sendung beim Thema Feng Shui. Und da ist mir neulich was passiert. Ich habe Wohnungen besichtigt und mit der Vermieterin, der potenziellen Vermieterin darüber geredet, so welche Möbelstücke können bleiben, welche Möbelstücke müssen raus. Und die, das Bett, wir haben über das Bett geredet und das Bett hatte so ein ganz breites, hinterm Kopf, also so ein ganz breites Kopfteil. Und ich meinte zu ihr, und das war in so einem ganz furchtbaren Stoff, also mit irgendwie Leopardenbezug. Allerliebst. Ja, genau. Und ich meinte zu ihr, ja, also das müsste raus, so wenn wir hier einziehen. Und sie lächelte nur so und meinte auch so ein bisschen, ja, das kann sie schon verstehen, dass Ausländer das raushaben wollen. Aber sie musste es da haben, weil oben, die Decke, hat sie mir dann gezeigt, die hatte so eine kleine Einwölbung. Also da ging noch so eine Ecke runter, bevor es dann wirklich in die Wand überging. Und dieses Kopfteil war genauso dick wie dieser Balken, der da eben die Decke abschloss zur Wand hin. Und sie meinte, nach unserem Verständnis muss man das ausgleichen. Also muss man, wenn oben was vorsteht, muss unten auch was vorstehen. Ja, so ganz praktische Sachen, das eigentlich nicht so ein, ja, eher so ein abstraktes Konzept ist, wie wenn man sagt, okay, das ist halt von der Raumaufteilung besser zum Wohnen oder angenehmer, es gibt eine bessere Atmosphäre, sondern es ist oft wirklich konkret. Und da macht man dann irgendwie an die Ecken dann irgendwelche roten Sachen oder hängt da Spiegel auf oder so, um das Feng Shui zu verbessern. Also da muss man sich manchmal auch darauf einstellen. Aber es kommt immer auf die Leute an. Manche, die nehmen das sehr ernst, aber andere dann auch wieder gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass dann jeder irgendwie das Feng Shui gleich austariert. Also es ist immer, ja, es kommt auf die Leute an. Und also für mich ist immer, was mich am Anfang vielleicht doch ein bisschen überrascht hat, ist der, dieser wirkliche Geisterglaube. Und ich habe das am Anfang unterschätzt. Das mache ich, habe ich dann nie mehr wieder gemacht, weil mir ist es passiert, dass, das war der Geistermonat. Und wo ich damals gearbeitet hatte, das war, weiß nicht, 11. oder 12. Stockwerk. Und da war eine Kollegin und die hat irgendwie gemeint, ja, ist das Geistermonat und so. Und ich bin mit ihr im Aufzug runtergefahren und ich habe ihr eine Geistergeschichte erzählt, die im Aufzug handelt. Und als wir dann unten angekommen sind, da hatte ich gerade fertig erzählt mit der Porte und dann ist der Aufzug aufgegangen. Die ist schreiend aus dem Aufzug gesprungen. Und dann war dieser Hausmeister oder der Empfang, das war ein alter Mann, und der war total erschockt, was ist passiert, was ist passiert. Und sie meinte, die hat mir eine geistergeschichte erzählt. Und der hat total gelacht. Und der sagt, ach, was soll das, dann musst du doch nicht so schreien. Und dann, ich dachte nicht, dass jemand wirklich das so ernst nimmt oder so reagiert. Und seitdem bin ich da sehr vorsichtig. Und ich glaube, die hat auch wirklich zwei Wochen nichts mit mir gesprochen. Also seitdem, also ich unterschätze das nicht mehr. Und ich bin da sehr vorsichtig. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mit Freundinnen rede über das Thema Geister, so jede dritte oder vierte ungefähr hat eine Sichtung zu erzählen. Also die haben gerade in der Kindheit dann immer eine Erinnerung, eine Geschichte, wo sie mal einen Geist gesehen haben. Also das ist ganz tief verankert, finde ich. Und ich habe mal eine Umfrage gesehen, Umfrageergebnisse, da hatten sie, ich glaube, das war von der Universität, unter Studenten. Die haben halt auch gefragt, ob man an Geistern glaubt und alles mögliche. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Ergebnisse. Aber die haben auch gefragt, was macht man, wenn man einen Geist trifft. Und irgendwie die Antworten waren auch ganz lustig. Die meisten haben gesagt, so tun, als hätte ich ihn nicht bemerkt. Und manche schnell weglaufen und manche sagen, irgendwelche dreckigen Schimpfwörter benutzen, damit der Geist erschrickt und wegläuft. Also das war auch sehr konkret. Es ist sehr, sehr witzig, wie viel, oder witzig interessant, wie viel der taiwanischen Kultur ja so ein bisschen Geisterprävention auch ist. Also das Frühlingsfest an sich mit den lauten Schachen. Oder auch Geisterfest. Genau. Um die Geister zu besänftigen, damit die einem nichts Böses wollen. Und ich glaube auch, dass die vielen Feuerwerke im asiatischen Raum auch mit den Geistern zu tun haben, dass man sie sozusagen vertreiben möchte. Also beim Frühjahrsfest entweder Glück herbeirufen oder schlechte Einflüsse vertreiben, genau. Manchmal endet es dann auch in Szenen, die ich persönlich fast schon grotesk finde. Also ich erinnere mich an die Geschichte von der Kommilitonin von zwei Bekannten von mir. Und die hatte im Studium schwere psychische Probleme und hatte dann irgendwann einen richtigen Nervenzusammenbruch. Also sie konnte dann irgendwann nicht mehr rausgehen und hatte schwere Depressionen und war nicht mehr sie selbst. Und die Eltern haben sie dann zum taoistischen Priester gebracht. Während die beiden Freundinnen von mir, ihre Kommilitoninnen, wollten sie unbedingt zum Psychotherapeuten und in psychische Behandlung bringen. Und das Ergebnis war dann, dass beides gemacht wurde. Also sie hat auf der einen Seite psychische Behandlung, Medikamente, Therapie bekommen, aber auf der anderen Seite auch taoistische Zeremonien. Also es wurden sozusagen die negativen Geister ausgetrieben durch Exorzismen und so. Und die studierte auch noch Religion, also die beiden Freundinnen von mir, die haben mit ihr Religion studiert. Das heißt, man hat da sowieso schon die ganze Zeit mit Geistern und Glauben und so zu tun. Und die meinten, sie halten das für total unverantwortlich, weil das in so eine Paranoia oder in so eine Psychose dann vielleicht noch weiter hineinsteigert. Wenn man gesagt bekommt, okay, wir gehen jetzt dahin, um deine Geister auszutreiben. Wie siehst du das? Ich persönlich würde es nicht machen, wenn ich jetzt betroffen wäre oder Freunde oder so. Ich wäre da auch sehr vorsichtig, muss ich sagen. Aber das ist tatsächlich doch üblich. Also ich kenne halt das zum Beispiel, dass es, wenn es Leuten zum Beispiel nicht gut geht, sie ständig krank sind oder so, dass manche dann sagen, ah, vielleicht hast du da irgendeinen schlechten Einfluss bei dir zu Hause oder vielleicht hat sich da ein Geist angehängt zu dir, dass du schwach bist oder so. Und ich habe aber noch nicht so einen Fall eigentlich erlebt, wo Leute wirklich, wo man sagt, na, die sind wirklich vielleicht psychisch krank, haben Depressionen oder so. Da wäre ich wirklich sehr vorsichtig. Bei den meisten war es halt so, die dachten halt so, na ja, mal gucken, kann ja nichts schaden irgendwie. Und das war aber eher so, dass die halt immer schlapp waren oder und dann irgendjemand oder auch die Eltern oder die ältere Generation halt gesagt hat, ah, vielleicht gehst du mal in den Tempel oder so. Das ist ja auch hier eine sehr, sehr bekannte Fernsehserie. Die wurde mal gemacht von einem Medium, einem 16-jährigen Mädchen, das Geister sehen konnte und mit den Geistern und Toten kommunizieren konnte. Das war ein sehr, sehr großer Erfolg in Taiwan, überhaupt in Asien. Ich habe das im Flugzeug mal alle Folgen auf einem. War sogar auf Netflix. Den Namen sagen wir Ihnen gleich noch. Jetzt verabschieden wir uns erst mal von der heutigen Sendung Reflexion aus Taiwan. Liebe Eva, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. An dieser Stelle noch ein Nachtrag mit dem Namen der Serie, über die wir zuletzt gesprochen haben. Und zwar hieß die Serie The Teenage Psychic, also die Teenager-Seherin und wurde 2017 in Taiwan produziert und ausgestrahlt und danach von dem amerikanischen Fernsehsender HBO übernommen. Das war es vom Wochenendmagazin. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. rapping Schöne